Nun gut, ich habe richtige, ehrliche, sogar wichtige Arbeit für euch. Wir müssen die Kodos rufen, die in den Gebieten südlich von hier grasen. General Tork Izzok sagt, dass wir bald ins Rotkammgebirge aufbrechen und ich kann nicht zulassen, dass wir ohne die Kodos aufbrechen. Benutzt dieses Horn in der Nähe eines Kodos. Sobald es den Ruf hört, wird es sich auf in Richtung Lager machen. Ihr müsst aber aufpassen. Manchmal sind die Kodos ein bisschen angriffslustig und es kann sein, dass ihr ein bisschen mit ihnen spielen müsst, bevor sie auf euch hören. Für die Horde! Für die Horde! Für die Horde! Für die Horde! Untertitelung des ZDF, 2020 Ihr habt eure Aufgabe abgeschlossen. Ihr schaut euch das Horn an, das euch gegeben wurde und entscheidet euch, es noch eine Weile bei euch zu behalten.